Ich begrüße euch liebe Reha-Sportler und Sportler. Wir wollen euch heute ein paar Übungen zeigen, dass ihr gesund und mutter durch diese schlechten Zeiten kommt. Wie kommt ihr dadurch? Gut mit einem starken Immunsystem und das Immunsystem wird gestärkt durch Sport. Sport sieht heute so aus, Silvia und ich zeigen euch drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von ein paar Übungen, die ihr mit Leichtigkeit zu Hause nachüben könnt. Wir wünschen euch viel Spaß. Hallo zusammen, heute wollen wir mit dem Stab trainieren. Wer keinen Stab zu Hause hat, macht es wie die Andrea, nimmt sich ein Handtuch, geüttet es ein bisschen und hält es dauerhaft unter Spannung. Wir fangen an mit dem Mobilisieren und Aufwärmen. Ganz lauter aus einer Pendeln, hin und her, als wären wir auf dem Fluss und würden uns vorwärts bewegen mit unserem Kahn. Ganz locker. Genau. Und dann gehen wir vor den Körper, hin und her, lasst den Oberkörper ruhig, nur mit den Armen, Knie, Beinsteben locker lassen. Sehr schön. Und dann gehen wir über den Kopf, von Seite zu Seite, Schultern tief lassen. Genau. Und zum Schluss gehen wir vor den Körper und drehen, als würden wir ein großes Lenkrad bewegen. Auch hier Schultern tief lassen. Genau. Jetzt könnt ihr die Übung dann noch einmal wiederholen und dann kann es weitergehen. Vielen Dank.